So, da bin ich auch schon mit der nächsten Aufgabe trat und ich weiß, bei dem ersten Video war eben kein Ton da, Mikrofon einfach ausgehabt. Wir machen jetzt zusammen die Aufgabe, ganz simpel, jage in drei verschiedenen Matches, ein Huhn, ihr seht, ist jetzt das zweite Mal und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen, ihr müsst drei verschiedene Runden machen und dreimal einen Huhn fangen. Wenn ihr mehr sehen wollt zu den Aufgaben, natürlich gerne ein Abo dalassen, vergesst nicht Creator Code YT-FamilyEck, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, ich versuche euch natürlich zu helfen und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Aufgaben, wir versuchen noch ein bisschen zu leveln und in dem Sinne, haut rein!